Musik 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 Bei den V8-Freunden Meerbusch ist in diesem Jahr das US-Car-und-Bike-Treffen in Ilverich wegen der Corona-Pandemie ausgefallen und somit auch die bei diesem Event gesammelten Spenden. Nach einer Online-Spendenaktion vor einigen Wochen gab es heute dann noch in Krefeld ein Charity-Meeting. Musik Musik Bei dem heutigen Treffen wurde von jedem Teilnehmer eine Spende in Höhe von 5 Euro für die Kinderkrebshilfe erbeten. Und ich denke, da haben auch alle mitgemacht. Musik 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 Gegen Mittag war der Platz dann auch so gut wie voll. Schöne und interessante Fahrzeuge standen da. Überwiegend amerikanische Alltimers, einige Fahrzeuge aus anderen Ländern und einige richtig schöne Eyecatcher waren aus Holland und Belgien angereist, eine tolle Mischung. Ich würde sagen, das war heute eine gelungene Veranstaltung und es dürfte einiges im Spendentopf gelandet sein. Aber wie geht es jetzt weiter? Ich denke mal, die durch Corona schon ziemlich eingeschränkte Saison ist so gut wie gelaufen. Wie die Zukunft und das nächste Jahr aussehen wird, ich weiß es nicht. Ich befürchte aber, dass uns Corona auch noch in 2021 stark beeinträchtigen wird. Ich hoffe nur, dass der ganze Mist bald vorbei ist. Die Kamera ist auch nicht seins. Ja, und ich weiß nicht. Wir haben einen Ratspar. So das war es dann auch für heute. Ein paar Eindrücke vom Charity Meeting in Krefeld. Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.